So, wir sind wieder da. Ich muss doch das Mike mit dem Kleid starten. Ihr findet mich nicht! Wir gefunden. Ich hab Tarnung, Mann. Du findest mich nicht. Nein! Die Luft getroffen. Habe ich schon ganz oft bei dir. Nein, hast du nicht. Doch, habe ich. Nein, hast du nicht. Weil die schwammelt das nur einfach. Hab die Fresse. Das sind Muskeln. That's what she said. That's what she said. Wett nicht aufmerksam, dann musst du nichts tun. Ja, vielleicht nicht in den Beinen, aber in den Armen, meine ich jetzt. Nö, glaube ich auch nicht. Doch, habe ich. Wie viel Kilo kann ich so hoch tragen? Keine Hand, du denkst, ich guck das. Ey, David. Ich weiß, dass ich wie viel ich tragen kann. Muster, ich glaube, ich bin noch Mende. Ja, bin ich. Ja, warte auf mich. Wird nicht gehen, den falschen Weg. Nee, es gibt eigentlich hier keinen falschen Weg. Hast du den Baum schon gepflanzt? Nee. Halt, stopp welchen Baum? Ich habe nicht vorgesprochen. Oh, nee, hast du es jetzt ausgelöst? Du vollidiot. Hey, komm mal her mit dem Baum. Bei mir leckst du es. Hallo, komm mal her mit dem Baum. Hast du, hast du Leck? Ich brauche Kekse. Kekse? Geh mal nach hinten mit dem Baum, Mann. Warte. Okay. Ich hol mal schon den Kuchen. Nee, warte. Okay. Uns fehlt etwas. Hält mir gerade so auf. Lassen. Ja, eigentlich. Ach nee, 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 nee. Weil wenn man Dings hat, äh, Knochenmäher, dann kann man hier noch so schön den Baum wachsen lassen. Sofort. Fahnt den Baum da rein. Put the Bonsai tree here. Fahnt den Baum kaputt. Okay. Ich will jetzt den, ich will den Kuchen holen, bitte. Du durfst, du durfst jetzt den Baum tragen, Mann. Ja, ich bin auch der Baum. Ja, trotzdem. Ja, okay, von mir aus, wir holen beide den Kuchen. Au, ich bin runtergefallen. Dito. Ich weiß nicht, ich brauche dich, Dito als Auro. Ja. Und die, die es nicht wissen, sollen sich in die Ecke gehen und sich schämen. Ich gehe schon mal in die Ecke. Wusstest du es nicht? Klar wusste ich es, Mann, das war ironisch gemeint. Ich bin beim Kuchen. Warte auf mich. Nö. David. Ja, okay, wir schneiden den Kuchen zusammen. Nein, okay, das ist kein Kuchen, Scheiße. Au. Ja, genau, Scheiße, da ist dieser Scheißleiter. Au. Ich bin runtergefallen. Wetten, du gleich sechst, du? Weißt du, was da war? Was? Knochenmehl. Nee. Was dann? Komm runter. Ich will erst gucken, was da ist. Ja, ich hab's doch rausgenommen, Mann. Schau's drauf, ich will trotzdem gucken. Alter, ich komm nicht hoch. Alter. Ich komm nicht. Ach, schau's drauf. Was ist da drin? Ah, ja, Feuerzeug, genau. Ich hab keins. Ich hab keins. Hm. Schade. Hörst du's? Ja. Also, nein, die Musik. Ja. Ja, das war einfach dann. Ey, hier ist Geheimdurchgang, guck mal. Höh, hier ist was. Guck mal, da kann man auch runtergehen. Geh runter. Und stirb. Äh, nö. Ich komm mit. Ah, ein Blick hinter die Kulissen. Retten. Och, das hat er aber... Das hat er aber schön gemacht, Mann. Also, man sieht, hier steckt eine Menge Arbeit drin. Ja. Ja, ähm... Er hat nicht irgendwie eine Schallplatte genutzt und... Ja. Nee. Ja, okay, ähm... Ähm, da, ich hab noch was. Was denn? Ach, ja, Bilder. Ey, das ist das, was ich geklappt habe. Nee, wir machen groß so. Ja. Aber wenn wir nicht mehr machen, bringt das nichts. Aha. Das ist doch mal schön. Ey. Wow. So, ich hab noch zwei, du. Ja, nee, noch eins. Ja. Verpässt dich, das ist mein Platz. Alter! Jetzt hab ich nur noch eins. Ja, dann mach ich das hier hin. Yay, beim ersten Mal. Ey, hier geht's noch weiter im Blick hinter die Kulissen. Wo bist du noch? Hier unten, guck mal. Ey. Hier. Ja. Ja, okay, kein richtiger, aber komm. Oh, und lol, hier ist Wasser. Nein, hier ist kein Wasser. Achso, da oben. Ja, okay. Das war's mit dem... Ey, hier sind Diamanten. Hier, guck mal, hier sind Diamanten. Das sind meine. Nein, der eine ist mein und es gibt zwei. Ich boh den jetzt ab. Was denkst du, was ich gerade mache? Äh, abbauen. Mhm. Nein, ich hab keinen gekriegt. Da ist noch einer, der gehört mir. Wo? Ach, mir aus. Äh, ja. Das war's, Leute. Und wir verabschieden uns jetzt von euch. Schatten Sie das nächste Mal ein, wenn es heißt, let's play. Langweilig. Also, was wird das nächste Let's Play? Ey, hast du jetzt eigentlich Mirror's Edge gerendert? Nö. Oh, scharschgesicht. Naja, auf jeden Fall, bei mir heißt es entweder Let's Play Diablo 3 oder Let's Play Devil May Cry Part 2. Hier ist Lappes Lutzio. Lappes Lazuli, Mann. Ich weiß. Lappes Lazuli. Ich nenn das Lutzio. Ich nenn das Lutzio. Kruzio, BAM! Okay, David, wir stellen... Ja, okay, jetzt sagen wir einfach Tschüss und ich hier auf. So, sag mal Tschüss. Ich schlag dich mit dem Stein. Ich schlag dich mit dem Cookie. Ich hab mehr Copies. Wie viele? Komm, jeder wirft abwechselnd ein Cookie dahin. Wo? Hier, auf die Erde. Eins, zwei, zwei. Du fängst dann. Oh. Wie viel hast du noch? Zwei. Ja. Sag, guck mal. Wie viele hast du noch? Wie viele hast du noch, Alter? Fressack. Sag das. Sag das. Sag das. David. Ja, kotzt mich in den Mund. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, das macht mich so geil. Oh, ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, meine Kekse. Verpiss dich. Nein, meine Keks. So, okay, ähm, ciao Leute und bis zum Keks. Ich hol's Keks. Okay, warte. Wie viele hast du noch, Alter? Willst du sehen? Junge, ich hab drei Stecks voll gleich. Ja, jetzt. So, jetzt aufs Deck. Alter, Schwede, bist du ein Fresssack. Alter, du hast die gar nicht mehr auf, oder? Hä? Loll? Cookies. Folge der Keksbruch. Okay, okay. Kekse. Oh mein Gott, so viele Keks. Meine Mutter muss so viel mal backen. Dann ist sie mal endlich zu was zu gebrauchen. Nein, Spaß. Ähm. Ach so. Äh, was ist das? Brötsel. Okay, äh, Leute, ciao. Bis zum nächsten Mal.